Hallo Leute, heute der große Transparenzbericht von Michael Kruckmann hier, ihm sein YouTube-Channel, da geht's richtig ab. Schön, dass ihr da seid. Ich muss gerade selber lachen, weil ich einfach so richtige Dulli-Inhalte mache. Ich mach so richtig dumme Inhalte, aber ist egal, ist der große Transparenz-Report. Wie viel Geld nehme ich mit YouTube ein bislang, mit meinem kleinen Dulli-Channel? Wie ist es? Wie geht's ab? Ihr wollt's wissen, heute ist Realtalk angesagt. Realtalk! Ist das erlaubt von YouTube, was sowas gezeigt wird? Ist mir scheißegal. Warum soll das nicht erlaubt werden? Hier habt ihr meine Zahlen. Hier habt ihr meine Zahlen, Leute. Könnt ihr alles sehen. Also, das ist mein Dashboard hier. Ich habe, wie viele Abonnenten habe ich denn jetzt eigentlich? Aktuelle Abonnentenzahlen. 8.084. Das finde ich schon richtig geil dafür, dass ich nur so Dulli-Videos mache. Finde ich das schon richtig gut. Ihr könnt jetzt auch folgen. Finde ich korrekt. Und jetzt fragt ihr euch, naja, was machst du denn? Wie viel Geld nimmst du denn ein mit solchen bekackten Videos, die überhaupt keinen Aufwand bringen? Aber ich mache schon noch Videos mit Aufwand. Ihr werdet sehen. Ja, kann ich euch sagen. Geschätzter Umsatz hier von YouTube. 90,45 Euro. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Verdienst 90 Euro. Stromrechnung 91 Euro. Ich glaube auch, mit YouTube, das ist so ein Posten, der geht einfach durch. Aber mich hat es trotzdem interessiert. Und warum zeige ich das? Weil ich eigentlich gerade bei Twitch, und ich zeige es auch nochmal hier bei YouTube, euch sagen wollte, dass ich meine Drum-Videos jetzt geil mache. Auf einmal mache ich meine Drum-Videos geil. Weil ich habe nämlich, wie viele wissen, Tontechnik studiert und gelernt. Und ich behaupte, ich kann es auch. Aber ich bin faul. Ich bin einfach, ich bin einfach ein fauler Dulli. Ich bin einfach faul. Und dementsprechend habe ich Drum-Videos hochgeladen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, was haben wir denn hier unten? Zum Beispiel, was haben wir denn hier? Hier sowas. Der hier zum Beispiel. Ja, klingt schon okay. Aber ihr seht schon, das Bild ist so ein bisschen komisch. Da habe ich einfach das Bild vom Stream genommen. Oder zum Beispiel letztes Mal. Jetzt will ich zurück. Kann ich nicht irgendwie zurück? Aua, lass mich hier zurück jetzt. Hallo? Hallo, ich will zurück. Egal, geht es hier hin? Untaub. Moine Lieben, hallo. Faul sein im Element. Untaub. Oder zum Beispiel hier, Offspring. Bin ein großer Offspring-Fan. Hört da mal rein. So, so klingt das. Hier habe ich schon mal das Kamerabild genommen. Von der Kamera, von der SD-Karte. Das war schon mein erster Schritt in Richtung nicht faul sein. Aber jetzt geht es richtig ab, Leute. Jetzt habe ich nämlich gedacht, okay, ich kann ja auch einzelne Spuren aufnehmen von den Drums. Also jede Trommel geht ja bei mir in ein Mischpult. Und von dem Mischpult kann ich aber auch eine Multispuraufnahme erstellen mit einem Laptop. Und das habe ich letztes Mal gemacht. Und so werden jetzt alle Videos sein. Deswegen mache ich jetzt Werbung für meine Drum-Videos. Weil jetzt geil klingen werden. Und die werden gut aussehen. Das ist jetzt meine letzte Version. Hört mal da rein. Das klingt doch gleich viel geiler. Ich habe es dem Twitch-Chat schon gezeigt. Aber jetzt auch nochmal bei YouTube. Guck mal, wie schön das klingt auf einmal. Multispur. Ich kann es doch. Ich bin nur faul. Sagt es doch einfach. Hört mal. Ich bin einfach nur faul. Alles kann man machen. Ich bin nur faul. Chat. Ist doch geil, oder nicht? Jetzt bin ich ehrlich. Ich brauche, also. Fühlt ihr das? Fühlt ihr meine Aufregung? Jetzt mal ehrlich. Fühlt ihr meine Aufregung? Porno, baby, du fauler Geili. Sick. Ohne Frage. Ja. Mann. Ich kann euch da auch mal zeigen, wie ich das alles mache, wenn das jemand sehen will oder hören will. Müsst ihr euch nur unter diesem Video hier melden. Aber ich wollte einfach da mal ein bisschen Werbung machen und sagen, ey, Leute, mir persönlich bedeutet das sehr viel, wenn ihr Lust habt, euch diese Drum-Videos reinzuziehen, weil da sehr viel Liebe drin ist. Genauso ist auch in allen anderen YouTube-Videos sehr viel Liebe, wie zum Beispiel im ELEC2 Let's Play oder so. Aber ich editiere halt nichts. Ich mache da sonst großartig nicht was. Ich nehme das einfach so mit von Twitch und dementsprechend kann ich nachvollziehen, dass das kein Schwanz so richtig interessiert. Aber kommt da jetzt mal alle ran. Gucken wir mal, ob sich die Statistik jetzt schon geändert hat. Schauen wir mal, ob sich jetzt schon wieder Leute begeistert haben. Bring das Lied raus, ich bin faul, aber geil. Guck mal, jetzt haben wir schon direkt, wie viel hatten wir eben? Hatten wir eben auch 8085 oder hatten wir eben 8083? Ich weiß nicht. Kein Mehrwert. Ist echt so. Warte. So, hier, mach. Zeig. Wie viel haben wir? Ein Mehr haben wir jetzt. Haben wir schon ein Mehr? Ich mache F5. Ein Mehr. Ein Mehr haben wir. Mega geil, Leute. Ihr seid real. Das finde ich gut. Und übrigens, was ich auch sagen wollte hier bei YouTube. Also wir können uns auch mal die ganzen Analytics angucken. Ich weiß nicht, worauf ich achten muss. Ich weiß auch nicht, was Leute... Ich weiß gar nicht, was man hier macht. Man könnte hier hier auch ableiten. Ah, Moment. Leute finden das und das gut und die finden was anderes richtig scheiße. Äh, aber ich raff's halt auch nicht so ganz. Ich weiß nicht genau, worauf ich achten muss. Vor allem, da müsste ich ja eigentlich auf alles gucken. Bin kurz davor, mich für dich anzumelden. Wirklich? Bei YouTube? Überleg dir das. Die haben dann alle deine Daten. Die haben dann alle deine Daten. Überleg dir das. Aber wenn du es für mich machen würdest, würde ich es appreciaten. Sorted. Fände ich schon richtig geil. Vielleicht kann mir da mal jemand helfen, was ich hier... Wie ich hier wirklich mit umgehen kann. Wie ich wirklich hier was verbessern soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gehört, YouTube ist immer noch der reale Shit im Internet. Da kann man auf jeden Fall noch was mit machen. Nach TikTok ist YouTube immer noch gut. Zielgruppe soll ich schauen. Okay, ich gucke mir die Zielgruppe an. Also, meine Zielgruppe besteht aus... Also erstmal, wann sind die Zuschauer aktiv? Es wundert mich nicht. 18 Uhr. Montag, 19 Uhr. Wann haben wir die meisten? Montag, 19 Uhr, die meisten, oder was? Montag, 19 Uhr. Donnerstag nur. Immer so abends. Hier, Freitag und Samstag hat keiner Bock auf meinen YouTube-Kanal. Niemand geht freitags und samstags auf meinen YouTube-Kanal. Ich bin einfach so ein... Wisst ihr? Da wird gesoffen. Anscheinend habe ich die gleiche Zielgruppe von Leuten, die sehr hedonistisch sind und gerne selber rausgehen. Freitag und Samstag wird gesoffen. Da kann man nicht auf Krogmanns YouTube-Kanal abhängen. Das schließe ich da raus. Ich kann es nachvollziehen. Aber montags, wenn der Blues reinkickt, da hängt man gerne bei mir rum. Freiraum Reh. Oh Gott, wie lieb. Hallo. Das ist ja schön. Hallo, Raider. Hallo, Freiraum Reh. Schön, dass ihr da seid. Oh, ihr wart ja noch. Wir kennen uns doch gar nicht, glaube ich. Das ist ja schön. Hallo, wie lieb. Ich muss dir erstmal einen VIP-Status geben. Jetzt bin ich ganz von der Rolle. Moment. Erstmal VIP. VIP-Frei-Raum-Reh. Klappt das? Ja. Geil. Bist du noch da? Oder hast du die Leute abgeliefert? Ähm. Wie, wie, also. Hallo? Seid ihr alle da? Ah, du musst in die Sonne und wandern. Ja, alles klar. Ey, pass auf. Wo du gerade da bist, hört dir eine Sekunde das an. Ich hab ne Anfrage für dich. Die schick ich dir die Tage. Wirklich. Ich schick dir den nächsten, äh, ich glaub per, per, äh, Instagram oder so mach ich das. Kriegst ne Anfrage. Hab an dich gedacht. Ernsthaft. Wird gut passen. Aber jetzt in die Sonne. Tschüss. Jetzt schön, schön in die Sonne. Schön raus jetzt. Schön, äh, weiß nicht. Äh, Sonnetag. Vitamin D. Ist gut. Vitamin D ist gut. Ich hab gelesen, ähm, das ist gut für Always Twitter Insta Immer. Ich freu mich. Always Twitter Insta Immer. Da weißt du, was du gerade geschaffen hast. Das ist ein gutes Lied, glaube ich. Always Twitter Insta Immer. Sehr gerne. Vielen Dank für deinen, für deinen Rate. Leute, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt. Keine Ahnung. Äh, mein Name ist Krogi. Also, äh, Michael Krogmann eigentlich. Alle nennen mich Krogi. Und, äh, ich bin hier auf, äh, Feelgood Mission. Bei mir gibt's, ähm, eigentlich immer gute Laune. Das ist zumindest das, was ich am meisten vermitteln möchte. Ähm, wenig schwere Themen. Ähm, viel, viel Quatsch. Hier gibt's viel Quatsch. Dementsprechend, ich weiß nicht, was ihr gerade besprochen habt. Ähm, wahrscheinlich ernste Themen, nehm ich mal an. Dann ist das hier wahrscheinlich ein großer Kontrast zu dem, was ihr gerade gemacht habt. Ich weiß es aber nicht genau. Äh, vielleicht kann mich mal jemand abholen, was ihr gerade so besprochen habt. Dann würde ich versuchen, die, die Connection aufzubauen. Versteht ihr? Das wäre, das fände ich ganz gut. Ehrlich gesagt. Und über ein Follow freue ich mich auch, wenn ihr da seid. Viel Quatsch und Eichhörnchen füttern im Park. Fynn Kliemann habt ihr geredet. Eieiei, okay, das ist ernster Talk. Das ist ernster Talk. Ich glaube, da ist das ganze Internet gerade durcheinander. Ähm, und ist auf jeden Fall ein schwieriges, schwieriges Thema. Beziehungsweise ein enttäuschendes Thema. Ehrlich gesagt. Fehlende Bananen. Fehlende Bananenträger. Lass bei den Eichhörnchen bleiben. Fehlende Bananenträger, meinst du? Ach, Bananträger. Bananträger. Okay, das ist schon mal ein guter Start, Leute. Schön, dass wir uns kennenlernen. Äh, Bananträge. Okay. Ähm, ja, ich habe bei mir noch nicht so viele Bananträge, weil ich einfach wahrscheinlich aber auch nicht so Themen habe, wo man, also ich versuche möglichst viel, ich versuche Bananenträger. Ich versuche möglichst viel polarisierende Dinge zu vermeiden, weil ich da einfach so wenig, ich habe da so wenig Energie für. Weil, also was Freiraum Rehm macht, finde ich ganz, ganz beachtlich und toll und wichtig tatsächlich. Ähm, aber das kann nicht jeder Mensch. Weil du musst dich dann natürlich auch mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Und das ist anstrengend. Aber was ist denn jetzt mit den Bananenträgern? Tatsächlich habe ich aber gelesen, dass, ähm, Bananen sehr gut sind für die, für die Stimmung. Ich weiß nicht, ob das jemand bestätigen kann, aber ich habe, aber genau das tut Freiraum Reh nicht. Was, was genau? Was genau jetzt? Sag's mir. Banananträge durchgehen. War das nur das Thema heute? Sie lässt keine andere Meinung zu. Nur bestimmte. Ach so, nee, nein, nein, so war es nicht gemeint von mir. Ich meine damit, wenn du dich positionierst im Internet, dann hast du natürlich auch Leute, die, die du auch bannen musst. So, ich verstehe den Punkt. Bananen sind kein Antidepressivo. Das habe ich aber tatsächlich anders gelesen. Ich habe gelesen, äh, Bananen seien genau das. Ehrlich gesagt. Gut gegen schlechte Laune. Und gut für den Magen. Und laut Dieter Bohlen übrigens, auch gut fürs Herz. Siehst du, bei ihr ist super liberal. Ja, ja. Das habe ich nämlich auch mitbekommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Äh, ich habe gerade, ich war gerade Realtalk-mäßig am Start und habe Werbung für meinen YouTube-Kanal gemacht. Habe aber allen Leuten direkt alles gezeigt, was meinen YouTube-Kanal beinhaltet. Der ist nämlich ein bisschen Dulli-mäßig. Der ist sehr klein und nicht besonders spannend. Aber ich habe gerade, ähm, ich bin ganz stolz, Leute. Ich bin ganz glücklich, weil ich habe Musik aufgenommen, also bekannte Musik, Cover-Songs, mit einem besseren Drum-Sound, weil ich bin Schlagzeuger. Und da bin ich gerade ganz glücklich gewesen. Das habe ich gerade vorgestellt. Ich habe gerade eine Banane gegessen und bin gut drauf. Und das deckt sich mit der Aussage von Dieter Bohlen. Das finde ich ganz gut. Und ich glaube, Bananen sind vom Zuckergehalt nicht so gesund. Ja, das stimmt. Aber im Prinzip, glaube ich, brauchst du ja auch Zucker. Und dementsprechend ist das okay. Leute, gerade die neuen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle schon abgedüst seid, aber normalerweise dauert das mindestens 10 Minuten, bis bei mir neue Leute alle abgehauen sind. Dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass noch ein paar da sind. Habt ihr irgendwelche Fragen? Habt ihr irgendwelche Themen? Wollt ihr irgendwas wissen, damit wir uns mal ein bisschen connecten, damit wir Freunde werden? Ich würde gerne mit mich mit euch befreunden. Ich würde euch gerne die Hand reichen. Aber dafür müsst ihr mir so ein bisschen Hinweise geben, was ihr wissen müsst, was ihr wissen wollt, worüber wir reden möchten. Das wäre sehr, sehr schön. Weil neue Freunde können nicht schaden. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? Ich mag den Broncho. Den Bronchosaurio. Den mag ich gerne. Den Broncho, der am Hals lebt. Stark. Ja, den mag ich wirklich gerne. Spielt Spice Wars noch weiter? Ja, bestimmt. Dann, wie schaut dein aktuelles Drumset aus? War lange nicht mehr da. Kann ich dir gleich bei YouTube zeigen? Mach ich sofort. Dann, Hand reichen, komm ins Brauhaus. Ich reiche dir auch ein Bier. Das ist auch sehr schön. Sehr gut. Was ist dein Lieblingstom? Die zweite Hänge Tom, auf jeden Fall. Ach, Follower-Modus ist an. Ja, wie kann ich das denn ausmachen? Deswegen schreibt hier niemand. Vielleicht sind auch alle weg. Ich meine, ihr könnt doch reinfollowen. Jetzt mal ehrlich, das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber Moment, Follower-Modus, wie mache ich das aus? Ah ja, Follower ist off. So. Yo, hallo, jetzt seid ihr da. Jetzt könnt ihr alle miteinander schreiben. Ich hab's extra für euch ausgemacht, weil ich einfach ein netter Typ bin. Ich hätte jetzt sagen müssen, nee, bitte followt rein, aber ich hab jetzt einfach den Follower-Modus ausgemacht, weil ich ein netter Mensch sein möchte. Wirklich. Freiheit für alle neun Leute. So, jetzt müsst ihr aber auch schreiben, bitte. Jetzt ist das so, jetzt hab ich euch die Hand gereicht, jetzt müsst ihr auch was zurückgeben. Meine Lieblings-Epoche aus der Geschichte, wahrscheinlich, wahrscheinlich keine einzige, tatsächlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich keine andere. Da kann ich ja wieder entfolgen. Ach, Anna, bitte. Bitte, bitte. Freiheit. Bist du auch mal nicht live? Ja. Alles Mist. Ich möchte, ich möchte, ich möchte wirklich in gar keinem, also jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch möchte denn in der Vergangenheit leben? Also jetzt, epochenmäßig. Also ganz ehrlich, da hab ich gar keinen Bock drauf. Entweder ist es menschlich kacke, oder es ist irgendwie, es riecht schlecht, oder es sind natürlich wieder Kriege, dürren, Krisen. Ähm, weiß ich nicht. Nee, kein Bock. Bin, also, ich glaub, ist es auch schön, wenn man sagt, es ist jetzt auch hier in Ordnung, ehrlich gesagt. Was haben wir noch? Welche Cola-Sorte? Das ist eine Fangfrage, ich weiß es. Ich würde gerne 2010 leben. Kriege, Kriege und Dürren gibt's im Moment nicht. Das stimmt, da hast du recht. Das ist überhaupt kein, das ist wirklich eine sehr dumme Aussage, das damit zu vergleichen, aber ich fühl mich in dieser jetzigen Situation, ich fühl mich in diesem, in diesem Zeitalter besser aufgehoben, weil ich, ich glaube, weil ich es einfach kenne, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde mich, diese Filme, wo Leute Zeit reisen und in der Welt rum, also woanders sind, da kriege ich immer Panik. Ich weiß auch nicht, da hab ich immer Schiss. Da denk ich immer so, oh nein, da kennen die keinen und da wissen die nicht, was los ist, welches Jahr, da kriege ich immer Panik. Deswegen bei so einer Frage, mein Lieblingszeitalter ist das Jetzt-Zeitalter, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das muss ich wirklich sagen. Dankeschön, Scal, 310, sehr nice und auch Xandro, schön, dass du da bist. Vielen Dank. War auch sarkastisch gemeint, jetzt ist genau richtig. In welcher Epoche-Zeitalter würdest du gerne eine Woche Urlaub machen? In den 70er Jahren. Summer of Love, hier schön so eine Woche Sex in den, wie heißt das, in den USA, Hippie-Zeit. So, war das eine echte Antwort oder sarkastisch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Entscheidet selbst, Leute, wir kennen uns nicht. Das ist immer schwierig, wenn man mit Sarkasmus was macht, aber das ist mir eine Antwort, die mir gerade spontan gekommen ist, muss ich euch sagen. Fühlig, niemand weiß es. Ja, niemand weiß es wirklich. Auf jeden Fall eine echte Antwort, ja. Vertruft auf einer Wiese liegen, nice. man hat einfach, die Zeit, die Leute sagen ja auch, die Zeit ging einfach langsamer. Die Zeit ging einfach an, die ging einfach langsamer vorbei damals. Ich zeige euch jetzt mal alle ganz kurz, was ich im Prinzip mache, damit wir uns alle beschnuppern können. Mein liebstes Kind ist das Schlagzeugspielen. Und ich kann euch gleich auch noch ein bisschen Eindruck erzählen, weil ich glaube, Freiraum Rehs Zuschauerschaft ist sehr intelligent, schön und gebildet. Und meine Zuschauerschaft hat da auf jeden Fall Schnittmengen, aber sie erwartet nicht so viel Bildungsinhalte wie die Zuschauerschaft von Freiraum Reh. Dementsprechend möchte ich euch noch sagen, ich war die letzte Woche, die war für mich emotional sehr, sehr krass, sehr, sehr anstrengend, weil ich an der ukrainisch-polnischen Grenze war und da kann ich leider ein bisschen was zu erzählen, das ist vielleicht für auch ein paar Leute sehr interessant und aber vorher möchte ich sagen, was mir sehr wichtig ist und das habe ich eben schon gerade getan, nämlich Schlagzeugspielen. Und wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht, pass auf, ich war da, ja, ja, ich bin jetzt nicht mehr da, ich war da. Pass auf, ich muss eben mal meinen Kanal machen. Warte, hier, zeige ich euch mal Folgendes. Oh, guck mal, das ist krass. Ich bin immer noch beim Umsatz von 90,45 Euro auf meinem YouTube-Kanal, aber die Abonnentenzahl hat sich erhöht. Also, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich habe Bock, dass da jetzt schon eine 8100 steht, dann müssen sich jetzt zehn Freiwillige finden und einfach auf dem YouTube-Kanal noch ein Abo da lassen, das wäre ja richtig stark. Du bist reich. Ja, ich bin reich an Herz, reich an Menschen, so. Wir sind jetzt, wir haben jetzt eine digitale Freundschaft, das ist doch in Ordnung, das ist doch nichts Schlechtes. So, ich drücke mal F5, hat sich schon jemand erbarmt? Kommen wir schon mehr rein? Alter, ihr seid krass. Ihr seid krass. Okay, ihr seid, ihr seid krass. Zwei noch? Schaffen wir es? Alter Schwede, Respekt. Ich wollte dich abonnieren, aber habe ich bereits. Okay, das ist auch nett. Und jetzt wollte ich euch nur sagen, äh, warum spreche ich so schlecht? Sagen, ich wollte euch nur eben sagen und zeigen, dass ich Schlagzeug spiele. Das habe ich eben schon, ich bin wirklich stolz drauf, deswegen zeige ich es nochmal, ich zeige es zum dritten Mal, aber ich bin wirklich zufrieden und zwar achtet bitte auf den Klang, auf den Sound. Dass ich jetzt Lieder cover, das ist natürlich ein bisschen bescheuert, Dully mäßig, aber hört mal rein, hört mal rein, wie gut das klingt. Echte Drums. Echte, das ist doch schön. Und das Lied macht auch Spaß übrigens. Es klingt doch wundervoll, oder? Das mache ich immer jeden Mittwoch im Stream übrigens. Klingt dann aber nur ein bisschen, ganz teils ein bisschen schicker. Finde das Video nice, gerade schon angesehen zu 100% gefühlt. Hammer. Und Leute, die sich ein bisschen mit Musik beschäftigen und mit, ähm, vielleicht Aufnahmetechniken oder so oder zumindest schon mal sich selbst vielleicht aufnehmen wollten mit Mikrofon, können nachvollziehen, ähm, dass das schwer ist, so einen Sound zu machen. Da ist nichts getriggert, nee. Das ist alles der akustische Sound. Einfach nur gute Mikrofone und dann viel, äh, also ich hab das, ich sag's normal, ich hab Tontechnik studiert und, äh, hab einfach ein bisschen, äh, was gemacht, aber das sind keine, keine Trigger-Sounds. Ist alles, äh, schön gestimmt und schön aufgenommen. Ich liebe deine Musik-Stream. Geil. So, das ist das. Wollt ihr euch nur zeigen? Und ansonsten, dann Respekt. Ja, vielen Dank. Nee, ich hatte aber auch überlegt, ob ich, äh, das digital noch triggern soll, aber, ähm, hab's da nicht gemacht, weil ich auch wieder zu faul war. Mein Problem im Leben ist, ihr lieben Menschen, ich bin leider oft zu faul. Ich bin oft zu faul und, äh, hab's aber da gemacht und, ja, Trigger-Drums klingen auch immer geil, aber sie klingen dann auch immer relativ gleich und hatte jetzt hier mal Bock, ähm, das, das so zu machen, ehrlich gesagt, ja. Tontechnik, schöne Grüße vom Direc-Impuls. Nice. Kenn ich ja gar nicht. Ich bin, ich bin leider halb taub und hör die Unterschiede nicht, aber du bist witzig nett und hast einen guten Songgeschmack und ich liebe Schlagzeug. Ey, Johnny Rainbow, alter Schwede, ja, Dankeschön. Ähm, ich hoffe, du, äh, kommst damit klar, aber wahrscheinlich schon, nehm ich mal an, aber, äh, taub sein ist echt scheiße und da kann ich nochmal alle Leute, die auch auf Konzerte gehen, äh, nochmal motivieren, tragt Gehörschutz, auch wenn's leider keinen Bock macht, ein Konzert so, so richtig zu genießen, aber es ist echt wichtig. Naja. Puh, der Sound ist richtig fresh. Dankeschön. Schützt eure Ohren. Ich war jetzt am Donnerstag auf dem Konzert von Youngblood, das war auch sehr, sehr gut und der hatte auch, äh, viele politische Statements drin, das hat mich sehr überrascht, ähm, das so zu machen. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Show und da hab ich den, den Gunnar mitgenommen, Kumpel und Arbeitskollege von mir und, äh, wir hatten auch ein Meet & Greet mit dem Künstler danach, weil ich eingeladen wurde von Universal Music und das war sehr, sehr schön. Das hat er auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich muss mal einmal kurz, äh, mich räuspern. Wartet mal. Guter Hörschutz stört auch nicht. Das stimmt. Das stimmt. Hatte mal so tolle Hörstöpsel, die die dollen Frequenzen durchlassen. Ja. Pflicht vor allem auf Technopartys. Ja. Technopartys. Also, Technopartys, Leute. Lange her. Ähm, was wollte ich euch noch zeigen? Ja, ansonsten gibt's hier Let's Plays und ich, äh, oder auch so Eichhörnchen-Fütter-Zeugs. Das gibt's ja auch manchmal. Wo kann ich euch das zeigen? Hab ich das noch irgendwo hier, irgendwo hab ich Eichhörnchen-Fütter-Zeugs hochgeladen. Ich hab jetzt so viele Let's Plays gemacht, bei meinem Upload. Das mal gucken. Aber das machen wir auch im Livestream. Also, wenn ihr reinfollowt, kriegt ihr wirklich nicht, also, ihr könnt euch nicht drauf einstellen, was hier passiert. Es ist alles immer ein bisschen durcheinander. Aber, ähm, dann gibt's halt auch Eichhörnchen-Fütter-Zeugs und so'n Scheiß. Das mach ich hier auch alles im Livestream. Also, das ist wirklich ernst gemeint. Da kommen die Vögelchen an. Charlie, hallo. Vielen Dank für deinen, äh, Prime-Sub. Ähm, nee, gar nicht. Für deinen echten Sub. Und, ähm, wild. Ja, es ist wirklich. Dann hock ich hier, da kommen die Eichhörnchen. Dann hock ich halt ein bisschen im Wald rum und bin da, äh, weiß nicht, ein paar Stündchen und lass mich halt von den, äh, von den Eichhörnchen angrapschen. Das ist so mein Style bei Twitch. Also, bei Twitch mach ich meistens die Dinge, die, äh, die man sonst so nicht sieht. Schön, ne? Ist ganz süß. Oder? Chat? Prime-Sub sind nicht echt? Ja, laut Twitch nicht. Laut Twitch nicht. Für mich schon. Für mich schon. Wir haben auf Arbeit auch fünf Eichhörnchen, die immer zutraulicher werden. Ja, die gewöhnen sich total an die Menschen. Also, das ist hier in Hamburg auch so. Aber das Bild war süß, ne? Warte mal. Hier. Das ist doch ganz süß. Guck mal. Das ist doch mega sweet. Wugel-Vogel. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Sehr, sehr freundlich. Ey, danke eh für die ganze Unterstützung. Ich packe übrigens, äh, wenn, falls ihr euch fragt, wofür sind denn die Subs und so und, äh, ähm, Spenden und, und Zeugs. Weil wir kennen uns ja alle noch nicht so richtig gut wahrscheinlich. Das packe ich alles wiederum in den Stream, in meinen Streaming-Raum, in den Drum-Sound, äh, in, eigentlich, ja, also es ist nie zu meiner, zu meinem Vergnügen oder so, sondern ich hab mir so eine Kabine gebaut und da hab ich noch ein paar Schulden und so. Also ihr supportet mich mit, ähm, mit Kram. Hast du Autismus? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich hab vielleicht Konzentrationsschwächen, aber ich glaub Autismus nicht, das wär, mh, glaub, ne, glaub ich nicht. Dafür mag ich zu viel. Das ist doch gelogen. Drum-Sound ist Vergnügen. Ähm, doch, ey, ich hab nicht gesagt, Spaß macht mir das alles. Mein Problem ist, dass mir viel zu viele Dinge Spaß machen. Mir machen sehr viele Dinge Spaß. Kann es sein, dass du noch was über die Fahrt zu ukrainischen Grenzen sagen wolltest, aber gleich vom Thema abgekommen bist? Ja, auf jeden Fall. Und zwar kann ich euch, warte mal, kann ich euch hier was zeigen? Auf meinem Kanal hab ich noch nichts, aber wir können auf meinen, äh, Instagram-Kanal gehen. Hier, guck mal Instagram. So. Da können wir kurz hingehen. So, ja, 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 schließen, bla, äh, ja, alles erlauben, komm. Und zwar, letzte Woche, Donnerstag, Freitag, äh, und Samstag sind ein Haufen Leute an die ukrainische Grenze gefahren, um dort Support zu leisten. Also wir haben quasi Hilfsgüter, ähm, transportiert und auch einen Krankenwagen. Ähm, der Krankenwagen, der ist, kann ich das jetzt, geht das so? Warte mal, ich mach mal lieber, ich hab Angst, dass hier irgendwas geleakt wird. Kann ich das nochmal? Ne, das passt natürlich nicht, das passt, weil hab ich mir schon gedacht. Äh, Moment. Moment. Äh, 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 was ist das? Warten Sie bitte, kurz. Javits Stimme war mein Highlight. Das funktioniert auch nicht. Moment. Ja, das haben wir gleich. Was ich euch, ich möchte euch nämlich da ein paar Bilder zeigen und ich hab sie aber auch eigentlich nur da. Ähm, Moment. Moment. Aber ich muss mich jetzt irgendwie in Instagram da einloggen und das ist für mich ein Problem. Aber wir kriegen das hin. Oder auch nicht. Äh, 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 nein. Schade, hätte ja sein können. Und da. Mhm. Mhm, mhm. Nein, auch nicht. Hm. Ich werde da nie wieder reinkommen. Ich sag euch, wie es ist. Nein. Nein. Hm. Na gut. Ähm, da werde ich mich nicht einloggen können. Dann können wir sie nur angem-, anmelden als, Moment. Nein. 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 Okay, ich komm nicht rein. Eke, egal, okay. Ähm, dann, warte mal, auf Twitch hab ich, äh, Twitter hab ich die auch. Gleich komm ich da rein. Google Insta Viewer. Geht das? Google Insta Viewer? Okay. Google Insta Viewer. Google Insta Viewer. Okay, gucken wir mal. Warte. Nee. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Schade. Ich wollte euch da eigentlich ein paar Fotos zeigen gerade. Ah, da ist was. Hab was gefunden. Moment. Ja, sieht gut aus. Es war bekloppte Werbung überall, aber sieht, glaube ich, brauchbar aus. Ja. Okay, ich hab was gefunden, Leute. Seid ihr noch da? Hallo? Habt ihr noch Bock, ein bisschen was zu erzählen? Tut mal, dass ich gerade was mal hier einrichten musste. Aber ich habe was gefunden. Ehrlich gesagt. Okay. So. Bisschen klein, ne? Aber kriegen wir es größer? Kann ich das hier... Hey, das ist blöd. So. Also, mit ein paar Leuten vom sogenannten Ukraine Border Collective haben wir uns auf den Weg gemacht an die polnisch-ukrainische Grenze. Und dabei sind halt acht Transporter mitgekommen und ein 40-Tonner. Und das ist jetzt hier alles Freiwillige sozusagen. Die Wilma hier ist ja, mit die Hauptorganisatoren von der Crew, von diesem Border Collective. Und die haben halt Jared und mich noch angehauen, ob wir nicht auch mitkommen könnten, weil wir diesen Krankenwagen doch an die Grenze fahren sollen, der halt auch gespendet wurde. Und dabei war auch Gustav von Tokio Hotel. Hier vorne. So. Und jetzt gehe ich hier mal wieder raus und zeige euch da mal ein paar Bilder. Dann sind wir nach Helm gefahren, an die ukrainische Grenze und haben dort in einer Flüchtlingsunterkunft geschlafen. Das sind die... Wenn ich mir das angucken... Das sind die Betten davon. Also, das sind die einzelnen Bereiche sozusagen. Das ist so ein Feldbett mit den Decken. Da ist Jared und da bin ich. Und da haben wir die Nacht in dieser Unterkunft verbracht. Das war auf jeden Fall schon eine Erfahrung, schon krass, aber es ist auf jeden Fall schon... Das war auch ein Bild von wo ich da gepennt habe. Das waren auf jeden Fall krasse Eindrücke, könnt ihr euch ja vorstellen. Eigentlich müssten da auch noch andere Bilder sein, aber anscheinend zeigt dieser Viewer nur das Titelbild an, was schade ist. Na ja, auf jeden Fall haben wir dann den Krankenwagen abgegeben und haben dann am nächsten Tag auch vom Bahnhof weitere Geflüchtete wieder mit zurückgenommen und das war sehr herzzerreißend, wenn du dann Familien hast mit Rucksäcken, wo dann ja, wo dann irgendwie ein kleines Meerschweinchen drin ist oder so. Das ist schon absolut bewegend, weil natürlich niemand zu Hause bleibt und so weiter und so fort. Die Sauberkeit war sehr gut in der Flüchtlingsunterkunft, wirklich. Die war richtig gut und die haben sich auch wirklich rührend gekümmert. Das war wirklich vollkommen menschlich, vollkommen in Ordnung und wenn du halt in diesen Situationen bist, dass du flüchten musst und ja auch nicht von daheim weg willst, dann ist das, glaube ich, zumindest eine für den Moment eine gute, sichere Bleibe. Aber natürlich nur für den Moment, weil das für ich war, müsst ihr euch vorstellen, ich war da Statist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man flüchtet und wenn man sein Zuhause aufgeben muss. Das kann ich, das weiß ich nicht, wie das ist. Also für mich war das eine Nacht, die natürlich sehr beklemmend war irgendwie, aber es war sauber und es war auf jeden Fall für, es war menschenwürdig, sagen wir es mal so. Ja, das war auf jeden Fall so. Und dann haben wir halt die Leute eingesammelt und spätestens da war ich natürlich auch emotional komplett im Eimer, weil es einfach krass war und da haben wir zum Beispiel auch eine Familie gehabt mit Kind und das war unser Auto und die Mutti und das Kind, ja die waren, also die Mutter war relativ gefasst die ganze Zeit, das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass die halt echt die ganze Zeit, naja, fürs Kindchen irgendwie gut da war und Jared und ich haben dann irgendwann gesagt, ey wir müssen, wir müssen für sie irgendwie ein Teddy besorgen, haben wir uns von der Tankstelle auf dem Rückweg dann irgendwie ein Teddy besorgt, also relativ flott und haben wir ihr gegeben, das ist auch einfach richtig sweet, jetzt zeige ich nochmal. Komm, wie sie sich freut, ey sofort, das ist einfach wirklich, das ist, das ist einfach das, das ist einfach das absolut Beste, das war, das ist wirklich so ein schönes Gefühl, das freut mich immer noch, wenn ich daran denke, aber das habe ich auch schon hier so ein paar Mal erzählt und gezeigt, was ich euch eigentlich jetzt mit auf den Weg geben will, ist folgendes, wir haben dann an der Grenze, wir haben an der Grenze dann diesen Herren unseren Rettungswagen, mit dem wir halt angekommen sind, übergeben, da sind wir drinnen, einfach so, David wollte nochmal die Sirenen anmachen, ist ja auch witzig, aber es war natürlich kein Spaßtrip, aber wir haben dann ihm auf jeden Fall den Schlüssel übergeben und damit ist er dann gestartet, er war allerdings ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht mit ihm nach Kiew gefahren sind, das war so ein bisschen ein kommunikatives Problem am Anfang, die sind davon ausgegangen, dass wir wirklich mitkommen, aber es hätte vom Zeitaspekt auch gar nicht funktioniert, weil nach Kiew zu fahren dauert sehr, sehr lange derzeit, weil du durch verschiedenste Militärposten musst, Checkpoints musst, die dann sagen, ja, ihr könnt weiterfahren oder nee, macht mal Pause, geht bitte jetzt in den Bunker oder so, dementsprechend die Zeit hatten wir auch gar nicht und ich weiß auch nicht, wie das für mich emotional gewesen wäre, also vom mentalen Aspekt, aber auf jeden Fall haben wir das abgegeben und dann Rückfahrt, alle abgeliefert, die Geflüchteten abgeliefert, die hatten auch übrigens alle ein Ziel, also diese Organisation lässt die Leute nicht jetzt einfach irgendwo am Bahnhof raus und dann war es das, sondern es gibt einfach einen guten Plan und das funktioniert, aber jetzt kommt was Schönes und das hat mich nochmal, das hat mich nochmal richtig glücklich gemacht und zwar jetzt die letzten Tage gab es dann die finalen Bilder, ah, da kann man doch wirklich durchzappen, das ist ja schön, wie kann ich das denn jetzt groß machen, gar nicht, so, mache ich so, Moment, so, und zwar haben wir, das ist unser Krankenwagen, den wir gefahren sind und das macht mich so happy, Leute, dass die Leute vom, also die Zusammenarbeit von dem Ukraine Border Collective ist mit der Universitätsklinik Kiew und dieser Rettungswagen ist angekommen bei irgendeinem Krankenhaus, die halt in dieser, in diesem Circle von der Uniklinik Kiew ist und da haben sich dann die ganzen Leute, die damit was zu tun haben, draußen hingestellt, pulsiert sind einfach happy und das macht mich so glücklich, das zeigt einfach, dass einfach kleine Support Sachen doch eine große, einen großen Unterschied machen, also das ist wirklich so die größte Message, die ich daraus ziehe, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Rückfahrt am Samstag, wo man dann zwar geholfen hat, aber man ist zurückgefahren, hat mich nicht wirklich glücklich gemacht, also wirklich eigentlich gar nicht, weil ich bin da weggefahren, hab einfach gesehen, ey, shit, es ist so viel zu tun, ich muss direkt wieder hin und ich muss mehr machen und jetzt sehe ich dieses Bild und sehe, nee, es hat aber schon was gebracht und das macht mich halt happy, wie sie sich aufstellen, wie einfach happy sind und wie hier die Übergabe ist und das Ding steht jetzt einfach in Kiew und wird dort helfen können und das ist einfach eine tolle Sache, weil letzten Endes, das was da passiert, kann uns allen wieder fahren und das möchte ich nicht an die Wand schreiben so oder beschreien, aber das sind einfach Leute wie du und ich, die einfach aus ihren jetzigen Situationen oder aus ihren Situationen rausgerissen wurden und da finde ich es halt geil, wenn man helfen kann und das ist auf jeden Fall mega, mega schön und das hat mich nochmal richtig mitgenommen diese Woche, muss ich sagen und die ganze Woche hat sich einfach auch gedanklich um dieses Thema gedreht und was ich auch jetzt sagen kann, es gibt noch keine offiziellen Zahlen, aber die Spenden, die eingegangen sind, sind ja, gehen ja an die PPTR-Stiftung und die geben das dann, sozusagen verteilen das dann wieder zurück an das Ukraine Border Collective, damit sie damit einkaufen können und so weiter und so fort und wenn ich das richtig verstanden habe, sind durch diesen Stream vergangenen Donnerstag und durch diese ganze Awareness, die wir geschaffen haben, es gab ja noch ein Interview über Delta Radio und verschiedene Zeitungsberichte sind dabei entstanden, es sind sogar Spenden in Höhe von 10.000 Euro zusammengekommen und das ist saugeil, weil davon kannst du dann wiederum Lebensmittel kaufen, Dosen kaufen, also warum Dosen, weil es eben wichtig ist, dass die Leute was bekommen, was sie auch in Notsituationen verzehren können, was man nicht erhitzen muss, was man nicht erst kochen muss, was man auch nicht mit Wasser irgendwie aufbereiten muss, sondern einfach so essen kann notfallmäßig und davon kannst du einen Haufen Zeug kaufen und das ist halt richtig geil und da möchte ich euch auf jeden Fall auch nochmal sagen, wie Hammer das ist und das auf jeden Fall ist, was bringt, wenn man auch sagt, Mensch, ich kann gerade nicht wirklich was tun, ich kann jetzt auch nicht an die Grenze fahren oder sonst was machen, das bringt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt was, weil Blinderaktionismus ist auch keine so tolle Sache, da kann man besser Leute supporten, die da einen Plan von haben und davon habe ich mich jetzt überzeugen können und da ist es einfach einen Haufen Kohle und richtig geil und die können damit richtig gut was besorgen und vor allen Dingen auch dann die Lager wieder ausstatten, die nämlich gerade sehr, sehr leer sind leider, weil die Bereitschaft, die Spendenbereitschaft seit Kriegsbeginn bis jetzt sehr stark zurückgegangen ist, was ja auch logisch ist, weil alle Leute sehr gesättigt sind davon und auch manche Leute oder viele Leute auch schon was gegeben haben und natürlich gedanklich sagen, ich habe ja schon was gemacht, aber es dauert einfach und dementsprechend tausend Dank und das freut mich wirklich sehr, auch stellvertretend jetzt für das Kollektiv, dass da so viel Support reingekommen ist und ich finde es einfach Hammer und das war das, was letzte Woche so bei mir abging und dementsprechend war das einfach wild vom Kopf, also diese Geschichte dann ja auch, hätte ich ja beim Kliemannsland moderieren sollen, das war dann ja auch noch so ein komisches Thema, was mit rumspukte und dann war ja auch noch, dann hatte ich noch ein Konzert, wo ich hin durfte, das war auch ganz schön, aber es drehte sich auch dann teilweise noch um diese Thematik mit der Ukraine und so und es war auf jeden Fall eine anstrengende Woche, aber ich habe das Gefühl, ich habe das ganz gut jetzt verarbeitet für mich und das ist auf jeden Fall cool und die Wilma und die Leute von dem Kollektiv, die wollen jetzt, die planen gerade tatsächlich einen Trip nach Kiew, aber nicht, um da irgendwie Fotos zu machen, sondern um zu helfen und da gibt es auf jeden Fall noch weitere Möglichkeiten, wie man da helfen kann und ich weiß nicht, wie das da weitergeht, auch in Bezug auf mich, ob ich da nochmal irgendwie mit runterkomme oder so, aber wenn, dann wird es erst später im Jahr was werden, damit es zeitlich passt. Wisst ihr, worauf ich halt überhaupt keinen Bock habe, gerade in der jetzigen Situation, wo Leute, die ernsthaft Interesse haben, Menschen zu helfen und sich nicht an irgendeiner Scheiße bereichern wollen, die Glaubwürdigkeit zu vermitteln und zu zeigen, ja, nee, das ist ernst gemeint und wir können Leute, wir können helfen, wir können auch gemeinschaftlich was machen und ich will mich da aber nicht irgendwie ins schöne Licht rücken oder so und sagen, ja, guck mal, ich bin ja der geile Typ, wir machen das, darum geht es mir null, sondern es geht mir darum, einfach Menschen zu helfen und manchmal ist es dann leider so, dass man die Reichweite, die man dann irgendwie zur Verfügung bekommen hat, auch nutzen muss, anders geht es dann irgendwie nicht. Aber das ist auf jeden Fall für mich echt eine gute Erfahrung gewesen, eine traurige Erfahrung natürlich, aber dass Menschen doch bereit sind zu helfen, selbstlos was zu tun, das ist eine Erkenntnis, die sehr, sehr schön ist und die mich auf jeden Fall motiviert, da weiter was zu tun und ja, ihr seid Hammer, also danke, dass ihr da was gemacht habt, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Iron Maiden TV, danke für deinen Prime Sub. Mach doch ein Konzert und sammle das Geld und spende es dann, hilfst du weiter. Ja, ich muss, also, ich kann natürlich jetzt nicht immer allen Leuten so richtig damit auf den Nerven gehen, Konzert ist schwierig, weil das ja dann nur lokal ist, ich habe ja auch schon irgendwie einen Spendenstream gemacht mit Jared im Internet und so, das lief ja auch ganz gut, da haben wir auch schon nochmal 5000 Euro mal zusammenbekommen und so, also meine Gedanken drehen sich auf jeden Fall viel mit dem Thema, aber es muss halt auch dosiert sein und gut sein und ich werde jetzt erstmal wieder ein, zwei Wochen das Ganze sacken lassen und ein bisschen ruhen lassen und dann mal gucken, wie ich da weiter agiere, aber ich finde diese Ideen auf jeden Fall total gut und die helfen dann ja auch und es zeigt ja auch, wenn Bereitschaft da ist, was zu geben, dass das was bringt, auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja, und wir haben auch noch schusssichere Westen mitgenommen, die irgendwie Jared hatte von seinem Onkel, der Polizist ist in New York, der hat den irgendwie ganzen Koffer zugeschickt und ja, war auf jeden Fall, da haben wir auch noch Videos zurückbekommen von Leuten, denen was bringt, also ist auf jeden Fall richtig, richtig krass, also richtig krasse Sache. Wenn ihr spenden wollt, die Website von dem Kollektiv heißt Ukraine Border Collective, einfach Ukraine Border Collective suchen bei Google, ach nee, da kommt schon rein von Dragon Lear, da ist es, ukraine-border-collective.com Ja, auf jeden Fall super gut. So, und das ist das, was die Woche so passiert ist und ich hoffe, dass einige, die mich noch nicht kannten, die jetzt durch Freiraum hier sind, also erstmal vielen Dank für den Raid nochmal, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommen habt, dass es hier zwar wild ist, aber wir alle ein gutes Herz haben. Ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall vermitteln. Hier geht es um Spaß, hier geht es um Quatsch, aber manchmal kann man sich auch nicht wegdrehen, dann sind halt ernste Themen da und da muss man irgendwie versuchen zu helfen. So, aber ist noch jemand da von Freiraum Reh? Also sind noch Leute da, die, die, die wir noch nicht verloren haben? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich gucke mir, ich habe auch keine Zahlen hier im Stream, ich gucke mir nichts an. Hannah ist noch da und Anna auch, wie schön. Ziga, ja, ach, das freut mich, das ist echt lieb, cool, warte, Julia ist auch da, schön, hallo hier. Okay, das ist cool, das freut mich richtig, das freut mich richtig. Jetzt habe ich den kleinen Eindruck bekommen, was so, was so abgeht und was so, ja, was man so machen kann, auf jeden Fall. Und manchmal wird hier auch gezockt. Schön, dass ihr da seid, möchte ich auch mal weitergeben, auf jeden Fall, direkt reingefolgt, coole Sache, Hammer, danke, danke, Willow ist auch da, ja. ich bin gerade skeptisch, also was haltet ihr denn von diesem, also ich muss ja, ihr habt schon gemerkt, ich bin hier relativ transparent und frage eigentlich immer direkt, was irgendwie gut ist und sage euch auch, warum will ich hier Subs haben, warum will ich Spenden haben, wenn ich mittwochs irgendwie trommel oder so und sage ich, es geht hier in meinen Streamingraum und ich habe da Schulden und ich will das abbezahlen, das ist mein Ziel, mithilfe des Streams, das sozusagen voranzubringen. Also auch ganz transparent. Aber ich frage euch jetzt auch, weil jetzt war bei mir hier dieser Follower-Chat an. Ist das schlauer, ist das dumm? Weil auf der einen Seite ist es natürlich cool, wenn man mehr Follower hat bei Twitch, aber ich glaube, das ist genau das gleiche wie mit der Werbung, die ich gerne abschalten würde, aber es nicht geht irgendwie als Partner. Und ich glaube, dass es einfach, dass die Leute ja auch freiwillig reinzumben, rein voll und schuldige, wenn man nicht diesen Follower-Modus hat, oder? Ist schlau, weil es Bots und Spam etwas zurückhält. Ach so. Spam. Das ist ein Punkt. Ah, I see. I see. Ja, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. In meiner Welt gibt es sowas ja nicht. Verstehe. Kaffee. Man hat weniger Leute, die spammen. Ja. Ja gut, aber hält das ab? Also du kannst doch auch easy reinfollowen und dann wieder das lassen. Aber gut, vielleicht ist das schon die Hürde. Also ich wollte was schreiben und habe direkt gefollowt, als ich gesehen habe, nur Follower-Modus und denke, das ist sinnvoll. Quatsch. Wenn ich irgendwo hin geratet werde mit Follower-Only, bin ich direkt wieder weg. Sehr fragwürdig. Wirklich? Okay. Hm. Wenn du Mods hast, kannst du Follower-Only danach ausmachen. Okay, lasse ich das mal aus. Also ich habe auf jeden Fall Mods. Dragon Deer ist immer da. Dragon Deer, du bist jetzt weiter moralisch auch verpflichtet, vor allen Leuten hier, dass du sie schützt vor Bullshit. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Okay, da ist schon, da wird das Fernglas ausgepackt, da wird abgecheckt, was geht ab? Um den Chat aufzuräumen. Ja, absolut. Ja, das ist doch gut. Das ist doch super. Es bremst halt die Leute, die den Channel aufmachen und nach einer Sekunde Scheiße schreiben wollen. Ja, habe ich aber bis, ja gut, ich hatte den Follower-Modus immer anders, das hatte ich bislang noch nie. Ähm, aber Follower-Chat finde ich nicht gut, wenn man den Streamer kennen will. Hindert den neuen Zuschauern es daran. Gegen Spam reicht E-Mail, SMS-Validierung. Ah ja, okay. Ey, wir lassen es mal aus. Wir haben das geklärt. So, wir lassen es aus. Nächste Frage. Ähm, Abonnenten-Chat. Okay, mal scherz. Follow-only bei kleinen Streamern finde ich nicht so sinnvoll. Okay, dann lasse ich es aus. Dann lasse ich es aus. Lassen wir es hier aus. Lernen wir uns erstmal kennen. Finde ich gut. Finde ich gut. Was haben wir jetzt auf dem Herzen? Nur verifizierte Leute-Chat ist noch schlimmer. Guti. Haben wir das? Ich weiß nicht. Lassen Sie dieses Thema. Wir haben es jetzt geklärt. Follower-Chat bleibt aus. Alles bleibt hier offen. Offen und transparent für alle. Wer eine Frage hat, stellt sie. Ich würde es aussagen. Wenn Trolle kommen, Emote-only und follow mit langer Wartezeit dann die Trolle rausband und die Emote wieder aus. Ja, okay. Chat ohne Chat ist kein Chat. Chat. Genau. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf meinen YouTube-Channel. Hat sich da was geändert? Haben wir da neue Abo-Zahlen? Ich bin gespannt. Achtung, bin wieder drauf. Jetzt drücke ich F5. Jetzt hat sich schon was geändert. 8.120. Mega geil. Mega geil. Ihr seid real. Mike McSullivan hat mit Prime reingesubt. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr freundlich. Dankeschön. Hammer. 8.120. Ich habe mir vorgenommen. Balou Tobi, auch du bist am Start mit Prime. 5 Monate. Sehr, sehr nice. Ich habe mir vorgenommen, zum Ende des Jahres Okay, jetzt kamen wir in die Subs rein. Gnobi Mevoli hat mit Prime reingesubt. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir vorgenommen, bis zum Ende des Jahres und das sind noch genau 7 Monate, naja, nicht ganz. 6,5. Ich habe mir vorgenommen, bis zum Ende des Jahres 10.000 Abos bei YouTube voll zu haben. Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Dann können wir nämlich unser Community-Treffen auf Sylt machen mit einem 9-Euro-Ticket. Treffen wir uns dort alle. Jeder nimmt einen Sterni mit oder so. Und dann dann ist das große dann ist die große Sylt-Party. Ja? Digital bitte. Ja, können wir auch digital machen. Hauptsache ich bin da. Also Hauptsache ich bin da mit dem 9-Euro-Ticket. Sylt 2022 wird wild. Hier bin ich mit dir. Aber wie gesagt. Wie, wie gesagt. Was? Nicht wacken? Na, sieben mal umsteigen ist ein bisschen zu viel. Wo kommst du her, Anna? Chaos-Tage ab Juni auf Sylt. Ich glaube auch. Kann man eigentlich bei YouTube Abos verschenken? Nein, YouTube ist umsonst, ey. Also Abos. YouTube an sich ist wahrscheinlich nicht umsonst, weil du hast ja viel Werbung. Kein YouTube-Baby. Ach, das meinst du. Ja. Anna, wo kommst du her? Würde mich interessieren. Wenn du sieben mal umsteigen musst. Also du musst jetzt nicht deinen direkten Ort nennen, falls du da Sorge hast. Und den Umkreis würde mich interessieren. Anne, nicht Anna. Oh, sorry. Oh Mann, ich bin echt ein bisschen blind. Anne, sorry, das entschuldigt. Da bitte ich dich um Verzeihung. Anne natürlich. Rheinland-Pfalz. Ja, okay. Da musst du ein bisschen umsteigen. Skandal. Aber er hat in Hamburg und Sylt doch keine Sternis. Da muss der Osten supporten, höre ich nur. Ja, der Osten muss da auch supporten. Ich bin ja eh ein Freund davon, dass sich die Menschen verbinden. Aus dem Rupport fährt man auch über 10 Stunden. Nur Nahverkehr ist halt Zersetzung. Ist halt Zersetzung. Okay, geil. Schön formuliert, gefällt mir. Ja, dann wird das wohl nichts mit Sylt. Aber 9 Euro Sylt klingt halt verlockend. Es klingt halt verlockend. Aber ich müsste es eigentlich mal recherchieren, wenn es dann soweit ist, wie das Chaos ausbricht auf der kleinen Insel. Ach, schade. 12 Stunden 30 bei Anna. Ey, das ist kein guter Trip. 12 Stunden 30 und danach erst starten mit der eigentlichen Aktion. Da bist du auf jeden Fall lange unterwegs. Was ist ein Sterni? Leute, wer kann JohnnyRainbow28 erklären, was ein Sterni ist? Ich möchte das gerne dann verbal wiedergeben. Aber ich brauche eine gute Erklärung, was ein Sterni ist. Mit Sternquell. Schon wieder Anna. Scheiße, ich habe Anna gesagt. Anne. Warum sage ich denn immer Anna? Anne, ich habe es verkackt. Das ist jetzt drin. Sterni ist ein sogenanntes Sternquellpilsener, also ein Bier. Und sehr fragwürdig schreibt dazu, es ist ein maximal asoziales Bier. Billigbier. Ich weiß nicht genau, warum das so Sternburgbärbier. Also, das Rating von Sterni ist auf jeden Fall wird auf jeden Fall hier sehr abgewertet, muss ich sagen. Hat nicht so ein gutes Rating bekommen hier gerade im Chat. Hansa, Sterni ist doch, ich verstehe den Hate auch nicht, muss ich sagen. Sterni ist das tollste Gesöff in Deutschland. Gut, günstig und süffig. Sterni ist doch nice. Selbst das Bier aus dem Aldi schmeckt besser. Also doch nicht mit Sterni unterwegs. Hm. Ja, es ist Hansa von Berlin. Sterni beste. Ist das wie Faxe? Ne, die Dosen sind normal groß. Faxe hat auch diese Riesendosen, oder? Sind das nicht so eine Ein-Liter-Dose, Faxe? Punkabier. Geil. Ja, so ein bisschen schon, ne? Sterni schon. Kalt genug schmeckt eh fast jedes Bier gleich. Ja. Hauptsache billig und es knallt. Erinnert an die Studentenzeit. Da kann ich nicht mitreden. Ich bleib beim österreichischen Bier. Faxe ist Starkbier. Faxe gibt's auch in 0,33. Ach so. Sterni ist die lokale Leipziger Version von Oettinger. Also ich find auf jeden Fall Sterni relativ sympathisch, weil der Name ist so schön. Komm aus Leipzig, da muss auch irgendwie Sterni sein. Ja, siehst du. Bei uns ist Sterni gleich Sternmarke. Ja auch. Entwicklung ja drauf. Jetzt hab ich auf jeden Fall ein Thema angefangen. Also ich merk schon, Billigbier ist ein Thema für unser Chat hier. Wieso nicht treffen wir Papa Krogmann in der Bäckerei? Dann haben wir gute Musik und gutes Essen. Das müssen die Leute auch wissen. Ich entstamme einer Bäckereisfamilie. Tatsächlich. Und bin in der Bäckerei groß geworden. Augustiner Brömünchener Bier. Gutes Thema. Sagt bloß. Ist wirklich wahr. Und was viele nicht wissen ist, Bäckerei ist Handwerk. Bäcker ist Handwerk. Aber wir können nicht, wir können nicht in der Bäckerei feiern. Das geht nicht. Haben wir schon neue Follower? Neue Abonnenten hier bei YouTube? Ich muss gucken. Zwei schon wieder dazu bekommen. Ihr seid ehrenhaft. Einfach Hammer. Bäckerfamilie. Nein, Bäckereifamilie. Das ist mein, lass das meine grammatikalischen Probleme sein. Ich sag ne Bäckereifamilie. Und du hast es verstanden, Stefan. Das gefällt mir. Wo kommst du her? Ich komm gebürtig aus Quarkenbrück. Das ist ein kleines Örtchen zwischen Osnabrück und Bremen. Wohne aber schon elf, zwölf Jahre in Hamburg. Aber da komm ich gebürtig her. Ehrlich gesagt. Und so ein 13. 12.000 Einwohner Dorf. Keine Stadt. Keine Ahnung. Es ist... Man kennt ja jeden. Jeder und jede. Alle. Wie süß. Quarken fucking yes. Beste Feierzeiten. Wenn man um fünf beim Bäcker aufschlägt und die ersten Brötchen des Tages auf dem Heimweg knabbert. Absolut. Mit dem 9-Euro-Ticket nach Quarkenbrück Chaos-Tage ausrufen. Ey, können wir machen. Ich hatte damit kein Problem. Aber wir müssen danach aufräumen. Ich hab keinen Bock, dass wir da Dreck machen und dann gehen alle. Das ist immer das Problem an Partys. Man könnte viel mehr Partys feiern, aber die Leute gehen alle besoffen. Ich geh dann ja auch besoffen. Aber wir müssen uns am nächsten Tag zum Aufräumen treffen. Anders geht's nicht. Hast du dich in der Redaktion eingelebt? Bist ja von der Regie gewechselt, oder? Ja, total. Ey, mit mich der Renke ist ja ein super, super Chef. Ich mach mir da ein paar Gedanken und deswegen meine ich das auch eben ernst, dass ich Freiraum-Brenner nochmal anhauen möchte für eine Sache. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da ganz gut zu passt. Ehrlich gesagt. Wie fandest du dein Papa zu singen mit einem Weltstar? Super. Super. Ich hatte mit einem Kumpel mal in Hamburg zwei Tage nach Sterne gesucht zum Kaufen. Er wollte nicht glauben, dass es dort nicht zum Kaufen ist. Den gibt's auch nicht. Okay. Komm mir doch gleich so Norddeutsch vor. Ich komm aus der Nähe von Kiel. Ach, schön. Ja, das freut mich sehr. Hallo. Hallo, Alarik. Ähm, wie viele Streamingräume hast du schon abgefackelt? Null. Aber tatsächlich, einer wurde mir abgefackelt. Im letzten Jahr. Ja, aber das war nicht ich. Kommt jemand aus dem Süden? Ja, viele Leute hier. Hier kommen viele Leute aus dem Süden, glaube ich. Auch tatsächlich Österreich haben wir ein paar Leute. Der Dragonleer kommt aus Österreich übrigens. Hier mein lieber Mod. Ja, passt schon. Easy. So, ihr Lieben, ich bekomme heute Besuch von meiner Mutti und von meinem Papa. Das heißt, der Stream hier wird auch nicht mehr so lange gehen. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann ballert's raus. Ähm, ich guck nochmal ganz kurz, wie das hier mit den, äh, Abonnenten aussieht. Guck mal, da kommen weiter rein. Das ist einfach herrlich. 8.125. Gebürtig aus Bayern. Shake Hands, Fräulein so und so. Lübeck hier. Wien ist doch nicht Österreich. Was hast du gefrühstückt? Bislang, soll ich euch ehrlich sein? Ich muss ehrlich sein, ne? Ich bin ehrlich. Ich hab noch nichts gefrühstückt. Ich weiß, das ist absolut keine Empfehlung, das ist absolut schäbig, aber ich hab nur einen Kaffee getrunken bislang und hab noch nichts gefrühstückt. Ich werde gleich ein, ähm, ein wunderbares Lied bei YouTube, äh, bei, äh, Instagram hochladen und das könnt ihr euch mal geben. Das mach ich gleich noch. Und dann kommen auch meine Eltern schon. Spielst du in einer festen Band? Ja, wir haben eine kleine Band, äh, Mr. Cracker nenne ich sich. Das ist so eine Coverband mit, mit Kontrabass und so, so, äh, so, so, ja, Oldie-Zeugs irgendwie. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr mit Musik machen. Also auch was Festeres. Und hat auch schon mit Jared gesprochen, ob wir was machen wollen und so. Da sind auch ein paar Planungen drin. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich möchte auf jeden Fall mehr mit Musik machen, weil, also, mit gutem Gewissen kann ich sagen, und ich tue mich wirklich schwer zu sagen, eine Sache kann ich gut, weil ich hab das Gefühl, ich kann nie so richtig Sachen gut, aber Schlagzeug spielen kann ich wirklich ganz gut. Und da möchte ich ehrlich gesagt schon auch vielleicht ein bisschen beruflich was machen, wenn das irgendwie geht. Aber das ist halt nicht so easy, wie viele Leute was mit Musik machen wollen. Das ist immer, äh, problematisch. Brotlos und so. Aber das wär schon irgendwie cool. Das kannst du in der Tat. Danke, Mann. Schnick, schnack, Frühstück, Obst und nen Mörchen. Kaffee gehört ja auch schon zum Frühstück. Das haben wir uns so angewöhnt. Machen die Blatthorn-Gang noch was oder was macht Evil Jared im Moment? Ne, Blatthorn-Gang, die machen nix. Hab ich eigentlich jetzt das Mikro von Insta gewonnen? Äh, stimmt, das muss ich noch auslosen. Das lose ich morgen aus. Vielleicht. Wenn du dich, wenn du da, wenn du richtig abgestimmt hast bei, äh, bei Insta, dann bist du ja unter den richtigen Leuten. Ich glaub, es gab 800 korrekte Antworten. Ehrlich gesagt. Ich glaub, es gab 800 korrekte Antworten. Irgendwie 830 oder so. Die sind alle im Lostopf. Und dann, äh, wird da eine Person von ausgewählt. Aber das hab ich noch nicht gemacht, tatsächlich. Da wohnt der Junge in Hamburg und trinkt am Morgen Kaffee. Soll ich lieber einen Tee trinken? Aber es gibt schon Leute, die auch Kaffee trinken morgens. Ist nicht so schlimm. Iron Man TV muss los. Ja, Leute, äh, lasst uns mal jemanden raiden. Wen raidet Freiraum-Raiden sonst so? Äh, weil, ich weiß es grad gar nicht, wo wir am besten hingehen können. Wir können ja mal auf Twitch schauen. Was geht bei Twitch so ab? Twitch. Und, äh, lasst gerne ein Follow da und kommt gerne Mittwoch in meine Drumstreams und guckt eh gern mal rein. Da wird immer, da passiert immer ein bisschen was. Was macht Scissor? Scissor spielt Vampire the Masquerade. Okay. Was macht Teddy? Teddy spielt Path of Exile. Das ist natürlich gar nicht ganz geil. Path of Exile ist ein gutes Spiel. Sprechst du Englisch? Was macht Mia? Was macht Mia denn da? Wollen wir Mia besuchen? Wo wir jetzt alle denken, hä? Hallo Mia. Ob sie wo antwortet, wenn ich jetzt Hallo Mia schreib? Wollen wir, wenn sie jetzt nett ist, gehen wir zu Mia, okay? Chat. Ich hab Mio geschrieben. Ich hab Mio geschrieben. Wenn sie nicht antwortet, gehen wir nicht zu Mia. Ach, grüß dich. Ja gut. Ja, dann können wir sie ja raiden. Machen wir, ja? Die freut sich bestimmt. Ja, super nett. So. Aber da müsst ihr ein bisschen, also Chat, ne? auch ein paar Fragen stellen. Auch ein paar Fragen stellen. Dankeschön für den Rate, danke für den Support. Ihr seid super cool. Folgt weiter dem YouTube-Kanal. Tut was Gutes, wenn ihr irgendwie ein paar Euro über habt, dann spendet die gerne ans Ukraine Border Collective. Die tun damit gute Sachen und haltet euch mit Infos auf dem Laufenden. Danke an die Leute von Freiraum. Ich hoffe, ich seh euch hier nochmal wieder und dann passieren ja verschiedenste Dinge. Viel Spaß, wie gesagt, mit Mia und ja, ich mag euch. Hab euch gern. Bis dann. Schönes Wochen... Schönen Samstag erstmal. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Schönen Samstag erstmal, ja? Tschüss ihr Lieben. Ich drück jetzt drauf. Tschüssi. 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 Tschüssi.